Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Genshin Impact und ich habe jetzt mal zwischen den Folgen mal so ein bisschen geguckt und wenn ich hier auf Händler gehe, dann können wir ja hier zum Beispiel mit diesen, was wir jetzt zwei Stück da haben, da oben rechts, können wir uns zum Beispiel Charaktere kaufen. Warum auch immer ich den hier kaufen sollte, weil den habe ich ja schon. Verstehst du? Den habe ich ja schon. Aber Barbara zum Beispiel. Aber auch diese Dinger kann man zum Beispiel mit den Dingern holen, wovon wir 375 haben. Könnten wir uns zum Beispiel fünf Stück holen und davon fünf Stück holen. Die sind ja im Monat anscheinend begrenzt. Diesen Monat noch verfügbar fünf. Jeden Monat davon fünf Stück. Zurzeit auch gerade hier 40% im Angebot. Und dann könnten wir uns hiervon noch fünf holen und hiervon fünf holen. Die sind ja für diesen Sternenstaub, äh Urgestein. So. Und wenn ich jetzt hier an der Inventar gehe, dann sehe ich hier unter wichtige Dinger zum Beispiel herrnloser Sternenstaub. Und die kriegen wir immer von Gebeten. Und die kriegen wir auch immer von Gebeten. Also wir beten, um die Dinger quasi zu kriegen. Und können damit wiederum neue Gebete holen. So. Und die Dinger bräuchten wir ja für Gebete halt. Dann könnten wir auch hiervon zehnmal. Ich kann auch hier einfach zehnmal beten für 1600. Ich mein, wir haben 5200 Urgestein mittlerweile. Ich würde einfach mal sagen, wir holen hier und hier jeweils, ähm, zehn Gebete. Und dann sind das 3200. Dann haben wir immer noch 2000. Wir könnten rein theoretisch den hier sogar nochmal machen. Beziehungsweise könnten wir uns die anderen Kugeln da kaufen. Was sagst du? Wollen wir einfach mal den und den jeweils zehn holen? Die limitierten Figuren mit fünf Sternen gibt es nur während der Aktionszeitraums über die entsprechenden Gebete. Wählen sie Details, um mehr zu erfahren. Vier Tage haben wir dafür nur Zeit und davon vier Tage nur Zeit. Weißt du was? Ich hol mir die jetzt einfach für 1600. Obwohl, warte mal, ist das billiger? Warte mal. 1600, ne? Zehn Stück. So, Händler. Äh, diese Dinger, ja, sind 1600, weil die 160 kosten die. So, ich sage erstmal die hier. Obwohl, warte mal, was brauchen wir für die Dinger, was brauchen wir sonst noch was? Bei fünf Stück. Ich mein, zwei Stück sind ja schon 150. Vier sind 300. Ja, wir können ja nur fünf Stück davon holen, dann sind wir ja schon pleite. So, diese haben wir zur Zeit 461 noch. Staub von Asmorat. Asmorat. Mit Sternstaub zu erstehen. Brauchen wir sowas? Eine Substanz, die Elementaraufstiegsmaterial umwandelt und ihre Elementarattribute verändern kann. Abgesehen von ihren praktischen Nutzen ist die Alchimie der Lehre der Natur. Ah, da können wir irgendwas ändern. Schleimkonzentrat. Guck mal eben. Beute von Schleimabstufe 40. Davon haben wir anscheinend auch noch keine. Davon haben wir anscheinend auch noch keine. Also hierfür brauchen wir wahrscheinlich auch am besten dann. Weißt du was? Wie gesagt, wir machen, wir beten jetzt einfach, holen davon zehn und gucken, was passiert. Jum. Dafür sammeln wir sie doch die ganze Zeit. Drachenblutschwert. Steinschleuder. Schlagfestes Argument. Alles blaue Kacke. Blau. 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 Fischl, Baby. Wer bist du denn? Aha. Fischl. Hi. Verwendete Waffe. Bogen. Oh. Emberkonkurrent. Oh. Die hat Bock. Die hat Bock. Ein merkwürdiges Mädchen, das sich selbst als die Prinzessin der Verurteilung bezeichnet und vom Nachtraben Oz begleitet wird. Dem Blick der Finsternis. Oz wacht mit Hilfe der Krähenaugen über Fischl, selbst wenn er nicht anwesend ist. Oz greift über seine Krähenaugen an, wenn Fischl Gegner mit ihrem Standardangriff angreift und verursacht Schaden in Höhe von 22%. So, das ist ja das. So, Talente, was hat die denn? Standardangriff. Führt bis zu 5 Weitels Schüsse aus. Heftiger Schlag führt einen gesielten Schuss mit höheren Schaden und höherer Genauigkeit aus. Ruf währenddessen des Ziels Blitz. Also so ein Blitzbogen halt, ne? Schutz der Dunkelheit beschwört Oz den Raben aus Schaden und Blitzen in die Welt der Gegner mit geringen Reichweite Elektroschaden zufügt. Schießt bei Anwesenheit von Oz Blitzgeschosse ab. Die Gegner in der Nähe angreifen. Gedrückt halten, um das Ziel der Fähigkeit zu bestimmen. Also wie? Ihr seid nicht würdig, meine überragenden Kräfte in Aktion zu sehen. Oz, bring ihn den Blitz der Rachsucht, der die ewige Nacht aufreißt. Die Nacht der Prinzessin Fischl. Band 4. Lebe wohl, Frau Welt. Okay. Okay. Ihre Ulti beschwört Oz, der seine tiefschwarzen Flügel ausbreitet, um Fischl zu beschützen. Effekte werden. Der Wirkungsdauer bewegt sich in Form von Oz mit hoher Geschwindigkeit. Gegner mit der Lü-Lü. Sternenschlinger Verschlinger? Stern-Sterne Verschlinger. Wenn Fischl Oz mit einem voll aufgeladenen gezielten Schuss trifft, schickt Oz den Blitz des heiligen Urteils zu den Gegnern in der Nähe und verursacht damit Elektroflächenschaden in Höhe von 152%. Dann kriegt sie den geilen Bogen und nicht mehr Ember. Ember, es tut mir leid. Ember muss gehen. Ember, ich vermisse dich jetzt schon. Ember. Ember. Wenn Fischl... Also, das haben wir ja. Schickt bei Anwesenheit von Oz und wenn er den Angriff... Das ist ja schade. Und mein Hausgarten verkürzt die bei Erkundung innerhalb des Einflussbereichs vom Mondschaft verbrauchte Zeit. Okay, also die hat dann auch so. Was hast du denn da Schönes an? Sehe ich Nippel? Ne. Dachte ich, ich sehe Nippel. Dann. Am Teil gilt Elektro. Ein merkwürdiges Mädchen. Und dann... Zehn davon. Wieder nur ein lilanen Kristall. So. Da können ja auch gerne ruhig mehr lilanen sein. Ein lilanen ist ja nur garantiert. Heißt ja aber nicht, dass es immer nur ein lilanen sein muss, oder? Immer nur blau. Immer nur blau. Guck dir das an. Wer ist das denn? Schon wieder Feuer vor allem. Verwendet Waffe Zweihänder. Oh, sie findet Frösche eklig. Alles klar. Fast ein Herzinfarkt gekriegt. Alles klar. Das Mädchen mit dem stürmischen Musikgeschmack in ganz Lige. Mit ihrer Musik und ihrem leidenschaftlichen Gesang lehnt sie sich gegen die vorgefassten Meinungen auf. Alles klar. Gitarre ist ihr Sternzeichen. Führt bis zu vier Schwünge mit dem Schwert aus. Verbraucht fortläufend Ausdauer. Heftiger Schlag ist das halt. Also sie ist halt wie die Look. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir die doch einfach mal aus. Indem wir jetzt auf Truppe gehen. Und dann... Nein. Irgendwie fehlt hier... Hier fehlt irgendwie diese Markierung. So. Dann nehmen wir einmal den. Und einmal den. Und dann gucken wir einfach mal, was den kann. Hi. Schau. Okay. Ist halt... Denkst du, ne? Und die ist... Pschsch. Cool. Halbe Folge schon wieder rum. Noch nichts geschafft. Aber es war ja auch cool. Muss man ja auch lassen, ne? Weg. Erzähl doch, Nick. Hatte ich. 500 Mauer gibt es dann. Okay, alles klar. Ist verstanden. So, was haben wir hier Schönes? Hier muss man sich wieder hinstellen. Guck mal, eine Person reicht nicht. Siehst du das? Man muss nur machen. Jumpen. Wie gut, dass ich das daneben gehauen habe. So. Oh. Pam. Und jetzt geht das nämlich auf. Man braucht wirklich einfach zwei, ne? Habe ich bei ihr gelesen, was sie, ähm, als Nebeneffekt hat? Walk'n'Roll. Stellt bei der perfekten Zubereitung eines Geräts mit defensiver Funktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 12% zweifachen. Alles klar. Da hinten ist ein Digga. Also ich glaube, Delok sollte jetzt erstmal was essen. Muss ich denn schon wieder was essen? Dann ist ja nichts. Du musst das ja regeln. Ich regle das. Bist du neu? Erstmal Wamm. Ui. Achso, das ist ein Schild oder so. Okay. Dann einmal Fischl ausprobieren. Hier, ist ein Vogel. Oh, no, 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 no. Oh. Quatsch. Wie süß. Okay. Aua. Aua, 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 aua. Ich werde ja einen Ulti sehen. Flum, 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 flum. Die Ultis will ich sehen. Die Ultis will ich sehen. Oh, hier geht das rein. Hey, hab keine Angst. Okay, hab Angst. Hallo. Komm in Frieden. Hallo, lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Ich bin ja am abfahren. Hier, ist ein Vogel. Vogel greift an. Da ist er. Ich sehe dich nicht. Ulti. Wui. Kann rumfliegen. Cool. Tod, kein Problem. Wollte ich das ja auch nochmal aussehen. So, der macht hier so ein Wirbelding. Und die Ulti. Oh, ho, 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 ho. Das geht aber auch gut ab, ne? Kann ich auch mal sagen. Aber ich habe ja schon einen D-Log. Was soll ich? Hä, sie ist aber auch Stufe 4, ne? Oh, schöner Charakter. Aber ich habe ja meinen Charakter. D-Log, D-Log, unser Mann. Alles, was er kann, kann ich auch. Fischi, Fischi. Ich weiß gar nicht, brauchen wir diese Siegel hier eigentlich, die hier sind? Ich komme da nicht mal ran. Komm, lenke mich am Arsch. Gleich ertrinke ich. In so einer Kacke. Fischi, Fischi. Wenn ich schon ertrinke, nehme ich dich mit oder auch nicht. Gluck, 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 gluck. Gut. Dann würde ich sagen, Truppe. So, und jetzt machen wir das mal hier alles richtig. Also, links, D-Log. D-Log. So. Dann. Äh, sie. Qualität. Von der Qualität her ist das hier. Freundschaft. Maximal Leben. Die hat mehr Leben? Weil sie ja angeordnet ist, ne? So. So. Maximal Leben. Angriff. Qualität. Das ist halt Hobbelinchen, ne? Hobbelinchen muss halt... Warte mal. Was mache ich denn jetzt? Truppe. Also, Hobbelinchen. Natürlich immer an erster Stelle. So. Dann kommt D-Log. Die Lok ist auch legendär, kann das sein? Wie viele Sterne hat die, ähm, D-Log? Sehe ich das hier irgendwo? Ich sehe, wie viele Sterne der hat. Ist ja einfach nur legendär, ne? Anordnen. Hm. Beteiligung, Qualität, Stufe. Ist klar, das ist die Stufe. Dich wollte ich jetzt nicht nehmen. Die wieder weg. Mach den vom Acker. Filter. Pyro. Einhänder. Zweihänder. Katalysator. Am besten ist das ja eigentlich, wenn ich von jedem einen hätte, ne? Hm. Komm, so ein Kaya war doch nur... ...drei... ...drei Sterne-Typ, oder nicht? Steht das nicht irgendwo? Da! Ne, das ist die Waffe. Hm. Dann behalte ich vielleicht doch Ember, wenn Ember sowieso... Guck mal, wie viele Feuertypen ich habe. Ich habe fünf Feuertypen. Fischel. Ich brauche ja sowieso zwei Feuertypen, ne? Dann nehme ich noch... ...kann ja Fischel-Tröße mitnehmen, oder? Achso, ein Blitz bringt mir ja gar nichts. Ein Blitz bringt mir ja gar nichts. Was ich machen könnte, wäre zwei Lisas mitnehmen. Äh, zwei Lisas war ich schon so. Weil dann habe ich verringert die Dauer der Beeinträchtigung durch zusätzliche Hydro-Attribut um 40. Und das schafft beim Lösen der Superleiter überladen und unter Strom mit einer wahrscheinlich... Ne, eigentlich war ich was anderes. Hm. Zweimal Eis können wir eh nicht. Zweimal Boden können wir auch nicht, ne? Unter vier unterschiedliche erhöht die WDR aller Elemente und... Ja, wenn die vier unterschiedlichen hier nehmen, habe ich halt Dings, ne? Kyro. Verringert die Dauer der Beeinträchtigung durch zusätzliches Kyro-Attribut um 40% und erhöht Angriff 25. Verringert die Dauer... Das war jetzt sowas, mache ich eigentlich am Ende der Folge. Jetzt machen wir das einfach so mittendrin. Haben wir noch gar nichts von der Folge gespielt. Verringert... Ja. Dann nennen wir zweimal Blitz, dann haben wir wenigstens irgendwas zweimal. Weil... Ah, das ist auch doof. Ne, wir machen das so. Warte. So. So. Hä? So. Nein. Nein. So. Noelle. Weil wenn die wenigstens da sind, dann kriegen wir erhöht die Schild-Effizienz um 15% und verleiht Figuren im Schutz von Schilden folgende Merkmale. Erhöht den verursachten Schaden um 15% und verringert den Geo. Dann machen wir das wenigstens so. So, die Lok ist jetzt nochmal oben. Alle anderen sind jetzt woanders. Ja, ich wollte eigentlich Fischl haben und so, aber naja. Aus irgendwelchen Gründen haben die nämlich gar keine Sterne mehr, aber... Die hatten doch Sterne, oder nicht? Oder hatten die einfach legendär nur? Steht das hier oder so? Steht das auch nicht. Ich war der Meinung, dass die Sterne hatten. Auch nochmal extra. Keine Moral, irgendwie alles einbilden. Zierte. Oha, wir haben andere Flügeln. So, wir haben schon die Besseren, glaube ich, ne? Die Ausgabe eines Windgleiters, der perfekt wird zum Lüü. Die Ausgabe eines Windgleiters. Kleidung. Feuer der Nacht. Da haben wir nichts anderes, wa? Können wir bei den anderen was anderes anziehen? Zierte. Fünf Sterne Kunst. Zierte. Nee. Gepanzerte Rose. Nee. Na gut, dann... Sollte das jetzt mal gewesen sein. Ich frage mich nur, wo ich das gesehen habe, du. Maximale Ausdauer haben sie ja eh alle gleich, ne? Elementarkunde hat er natürlich eine Menge. Die anderen haben alle null. Tja. Ist halt so, ne? Verstehe ich nicht. Die Qualität... Und von der Qualität her haben wir halt zwei legendäre. Das ist nämlich Habelinchen und Dilok. Die sind beide... Haben auf jeden Fall so einen legendären Hintergrund. Alle anderen sind einfach schon Fliehler. Also sind die ja alle eigentlich gleich gut. Gut. Genug rumgealbert. Wollen wir jetzt mal... Weiterziehen. Warte mal. Wollen wir hier erstmal nach rechts, oder? Ja, komm. Gehen erstmal hier lang. Dann muss ich die Folge ja ein bisschen länger machen. Weil wir jetzt so viel rumgealbert haben. Ja, was heißt rumgealbert, ne? Wir haben Sachen erforscht. Und wir können immer noch weiterbeten, ne? Oh, warte mal. Warte. Was hatte ich vor? Äh, gebet? Nein, gebet doch nicht. Händler. Und zwar... Haben wir jetzt 645. Eigentlich müssen wir den holen, ne? Weil die im Angebot sind. Holen wir alle 4. 300. So. Und den auch. Weil die im Angebot sind. Oder? Habe ich jetzt einfach mal gemacht. So. Und würden wir jetzt nochmal beten wollen... Davon haben wir 3. Davon haben wir 6. Können natürlich jetzt für 640 wieder was holen. Oder für 1100. Aber... Ein bisschen Urgestein möchte ich auch gerne behalten. Ich weiß nämlich nicht, wofür wir diesen Lons noch alles gebrauchen können. Wir haben jetzt gerade 3000 ausgegeben. Apropos 3000. Können wir denn nicht hier irgendwie ein Level? Warte mal, wo war das denn? Was hier? Weil wir Urgeste... Ne, Harz muss man ausgeben. So war das. Na gut. Na gut. Ich komme. Komm mal, hätte man jetzt Fischl. Oh. Alter, ich muss was essen. Ich bin schon wieder tot, ey. Kann doch nicht angehen. Wie schnell ich immer sterbe. Sind einfach stark. Jetzt bin ich auch noch paralysiert. So. Nur noch zu dir, Kollege. Hast du schon meinen Königs kennengelernt? Da, er macht sich schon wieder lustig über mich. Und weg. Danke für die Stärkung. Und wir kriegen jetzt hier eine dicke Trühe, ne? Wertvolle. Einen wertvollen. Bücher kriegen wir ohne Ende. Das ist doch nicht normal. Jetzt mal ohne Witz, ne? Hier. Lisa, Waffen. Ne, wir kriegen was anderes. Was kriegen wir denn die ganze Zeit? Kriegen die an, welche lilanen Bücher? Da. Eine Hallenweisheit. Das ist Material für Figurenerfahrung. Ah, ja, okay. Gerne mehr davon. 20.000 Erfahrungen, Digga. Mal los. Ich hab da was gesehen. Ich hab da was gesehen. Hey. Hey. So, dann holen wir uns mal den... ...den Ding da oben. Hey. Oh, jetzt hab ich schon wieder... Beim Hochklettern mal hier um einen Screenshot. Wenn ich aus Versehen hier nämlich diesen hier drücke... ...und dann auch nach B drücke... ...dann ist ganz vorbei. Das muss ich ja... Ne. Warte mal. So. Ich hab gedacht, hier wird er. Was ist er denn? Wo bist du? Da. Habe ich. Hey. Gehen sie weg. Heute keine Autogramme. So, ab zum Teleporta. Gibt's da was noch umsonst? Ich dachte, die kommen vielleicht alle ein bisschen zusammen. Ja, doch so. So geht's. Was? Ciao. Check mir in der Bosskarte. Ich will nicht kochen. Ich bring... ...könne Zutaten zum kochen. Ich bin ne arme Sau. Ne arme, arme Sau, Benny. Hab doch nix. Und im Moos ist nix los, ne? Da soll ich auch noch ne Kiste reinmachen. Ich sag, Wasserfall schon wieder. Sehr verdächtig. Platz. Wenn wir Level 25 sind, dann geht's wieder richtig ab, ne? Dann können wir wieder Sachen machen. Und wir sind so gut wie 25. Wenn wir in dieser Folge noch Stufe 25... ...ich bezweifle es, aber ich würd's hinkriegen. Da oben. Du Leier. Mysteriöse Statue. Einfach nur so. Jetzt da oben rein. Der ist auch bestimmt was, oder? Mach mal Robbeleider. Ich mach Robbeleider, okay. Hep. Hep. Ich seh nix. Seh nix. Okay, ich glaub da oben ist nix. Ich will hier auch nicht aufstehen. Ich break mich hier durch. Ne, geht nicht. Nein. Ich bin jetzt wie so ein Käfer. Irgendwo. Hilfe. Komm hier nimmer weg. Hilfe. Hilfe. Kaputt gemacht, das Spiel. Hilfe. Gott sei Dank. Kann das weggehen. So, wir wollten immer noch da oben hin, ne? Aber warte. Ich hab keinen da. Dings. Vor allem, ich hab auch schon wieder kein Leben. 10.000 Leben, das reicht einfach nicht. Man kriegt einfach auf die Fresse die ganze Zeit, von morgens bis abends. Da hinten. Oh, schon wieder eine Kiste. Da hinten auch. Und da sind sogar zwei Kisten. Zwei Kisten hat gewartet. Wo wollen wir uns die zwei... Oh, da oben ist noch ein Geist. Wo wollen wir uns den Geist? Oh, man, oh, 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 oh. Tianyang-Heng-Bang-Berg. So, wo gehst du hin? Nach oben. Ich komm mal mit. Guck mal, das ist ein großer Wasserfall. Wenn da keine Höhle hinter ist, ne? Dann weiß ich aber auch nicht. Ja, sozusagen ist da eine. Wir gehen ja da hinter den Wasserfall. Oh, wir sind hinter dem Wasserfall. Guck mal, wir sind hinter dem Wasserfall. Aber ich bin ja nicht reingeflogen. Ich muss reinfliegen. Oh, hier ist eine Herausforderung. Guck mal da. Guckst du? Hinter dem Wasserfall. Ich bin so glücklich. So glücklich bin ich. Ich bin ja so glücklich. So glücklich. Guck mal, wie glücklich ich bin. So, 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 so glücklich. 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 Ausforderung bestanden. Lehren des Fleiß. Ohne Fleiß kein Preis, ne? Endlich mal ein... Das Dofe ist nur bei diesem Wasserfall jetzt... Ich bin von hinten gekommen. Nein. Ach, komm schon. Tot. Ich bin aufgeklatscht. Ich hätte mal von hier so kommen müssen. Und dann sagen müssen, so von wegen... Gell, was ist. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, da muss was sein. Da ist doch bestimmt auch safe was, oder? Baa, baa, baa. Hey. Ein Geist. Ha, da ist einfach ein Geist drinnen gewesen. Warte mal, für D-Log habe ich doch was zu fressen, oder? So, was ist los? Bitteschön. Ich komme. Ich folge dir. Ich würde sagen, auch nächste Folge machen wir auch mal wieder die Hauptquest weiter, oder? Haben jetzt mal wieder ein bisschen rumgegorkt und so. Ist ja auch alles schön und gut. Wie sag ich diese Seele, ne? Moment, Seele, ich komme gleich wieder. Wir wollen ein paar Leute Stress haben. Aua. Hallo. Au, aua. Muss man irgendwas essen. Bum, bum. Au, aua. Fack, check, 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 check. Famm, famm. Ah, komm, weg damit. Ah, ich fackele ja nicht mal lange einfach weg mit dem Rotz. Nein, ich will nicht kochen. Ich will nicht kochen. Ich hasse kochen. Untersuchen. Aha, was verstecken die hier? Illegale Tomaten. Alles illegal hier. So, so. Auch die. Für die Schlagnahme. Haben die noch irgendwas Illegales hier? Sieht mir nicht dem nicht so aus. So, wo ist jetzt der Geist? Es ist dahinten. Warum bist du jetzt mit mir hier einmal im Kreis gelatscht? Gelatscht. Vor allem. Wo gehst du noch hin? Oh, da ist eine Kiste. Dankeschön. Und wo ist seine Kiste? Dankeschön. Na gut. Blümchen sammeln. Blümchen sammeln. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Und zwar. Ja. Diese Luftdinger, die gehen doch eigentlich auch immer. Also, oder? Ich seh nix. Ich seh da auch nix. Also, ich seh nix. Ich seh dich nicht. Wo bist du? Da. Das ist... Also, manchmal ist die Kameraführung wirklich ein bisschen für den Arsch. Weil ich seh die dann auch einfach nix. Nicht so gut. Was haben wir hier? Ja. La 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 la. Zuckerblume. Weckgeflogen. Wollten gerade hauen. Hey, Jungs. Ich hab gehört. Ich hab gestrückt Stress. Warum bist du noch nicht gestorben, hä? Warum bist du noch nicht gestorben? Kisten. Der Sägerfliege. Äh, Fliege. Fliege. Genau. Fliege. Patsch. Nix. Ich brauch Rettiche. Rettiche? Ja, Rettiche heißen die, ne? Guck mal, die bewachen ne Kiste ohne Rettiche. Ich hab was passiert. Ja, was war das denn? Alle gleichzeitig geredet. Voll das Echo drinnen gewesen. Ha, tada, 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 tada. Ha, tada. Hier waren aber noch mehr Kisten, hä? Oh, warte mal. Eine K researcher. Warte mal, hier unten ist auch noch was. Boing. Boing. Komme. Hey. Boitsch. Moinu, 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 moinu. Probierst du. Klatsch, einfach weg. Da wird auch heutzutage nicht mal lang gefackelt. Das wird nur noch einfach so Batsch, Batsch, Batsch. Bis irgendjemand kommt und bei mir Batsch, Batsch macht. Dann hat es sich ausgebatscht. Ich höre doch schon wieder was. Na, du Geist. Seele. Hab dich. Was? Flieg, kleine Seele. Flieg. Zeige mir den Weg. Zeige ihn mir. Du altwissende und nicht nervtötende Seele. Wohin des Weges? Sie wissen immer, wo sie hinwollen. Während du da oben rumfliegst, dann will ich das nur schon mal ein, ne? Jetzt wieder zurück, natürlich. Hier ist ja aber auch noch eins. Vielleicht führt er mich einfach zu diesen Dingern. Und jetzt plump. Ja, Level 25. Glaube ich, werden wir heute nicht mehr. Ich glaube nicht. So, was haben wir noch? Da hinten wir noch. Ja, hier hinten wir eigentlich auch noch. Aber das, würde ich sagen, gehört noch zur Stadt. Wenn wir in der Stadt sind, können wir das Gebiet abfahren. Jetzt würde ich sagen, gehen wir hier aus erstmal nach geradeaus. Und sammeln da hinten noch den Teleporterpunkt ein. Und dann war es auch schon wieder für diese Folge. Was soll ich schon wieder? Mach ja jetzt ein bisschen länger. Du machst auch immer ein bisschen länger. Tu ich das? Warum mach ich denn sowas? Guck mal da oben, ist doch schon wieder was. Plump, 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 plump. Hab dich. Und wieder 500. hat und wir hatten auch schon mal 750 gekriegt also ich muss den Schuss ja nicht mal aufladen aber ich lade ihn noch mal komischerweise auf so D-Log mein Freund aus irgendwelchen Gründen möchte ich gerne eigentlich warte mal D-Log möchte ich am liebsten nach links oder nach unten also nach oben das ist so weit weg von meinen Daumen so D-Log entfernen anordnen wie war das Snellauswahl genau guck mal das reagiert schon wieder nicht ich drücke nach links oder sind die Batterien leer das hat deswegen so reagiert das kann natürlich sein dass die Batterien leer sind deswegen so eins zwei drei vier so nämlich ich glaube so hatten wir das auch sonst ist aber nicht das was ich schon wieder haben wollte ich habe das doch gerade ganz anders gemacht Schnellauswahl 1 2 3 4 anordnen speichern so ja weil nach links das bin ich gewohnt ich bin es gewohnt nach links zu drücken oh guck mal hier jump in one wenn man ja hier nicht drauf klettern kann was man hier erstmal auf dem baum mit ausdauern natürlich ja ich komme nicht mal auf den baum da hinten ist auch eine kiste das sieht man links am felsen vorbei und jetzt müssen wir glaube ich mit ihr sonst schaffen wir das nicht hier hoch was machst du denn immer für dinger ist auch nicht so einfach so aber so geht natürlich auch so und jetzt hier rüber ja jawoll okay wo jetzt lang da können wir rüber gucken ja dann sehen wir auch schon mal das gebiet wo man als nächstes hinkommen würde da hinten aha drei große berge sehr aufregend und da ist ein häuschen da hinten ist ein häuschen das sehe ich auch brenner nein ich will nicht breinen doch brenn und wir tot waren brenn und stirb bitte nicht jetzt hat er seine scheiße ok gut gut er brennt aber er ist auch scheiße und er hat auch eine wasserrissung an und das mit dem controller ich sollte einfach mal versuchen die batterien zu tauschen in der nächsten folge weil ich habe ich benutze ja den wlan controller aber wenn er doch leer wäre dass er diese dinge hier nicht abkann dann müsste er doch trotzdem auch allmählich dann jetzt auch rausgehen oder nicht sagt er erstmal so nö nö ich glaube erstmal ein paar stunden noch ohne volle kontrolle gucken wie wir wie du damit zurechtkommst da ist eine herausforderung oh es regnet es gewittert da ist auch eine herausforderung so viele herausforderungen in der nächsten folge das ist keine herausforderung das ist der teleporter da haben wir hochgemacht den strahl ich möchte aber noch ich möchte ganz nach oben ja ganz nach oben ganz nach oben vielleicht hätte ich nicht springen sollen naja reicht noch das reicht meine höschen wird ganz nass hat haben wir was bitte sagt mir dass hier was ist auf jeden fall kein regen wir sind über den wolken über den wolken du 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 was geht noch höher erst mal dahin ich möchte da ganz nach oben warum auch oben ich glaube ob wir da oben überhaupt hinkommen weil das ist ja hier schon hart an der grenze vom vom aus hier kann ich ja verstehen so wenn wir da oben sind ist die folge zu ende wenn wir da oben sind ist die folge zu ende also nicht hier sondern noch eine schön da hinten die fliegende insel aber die ist ja über den berg das ist nicht die insel die ich meine es gibt ja noch eine andere fliegende insel ich weiß nicht wollen wir vielleicht noch mal springen wollen wir vielleicht noch mal springen noch mal springen oh wir sind über den wolken die wolken sind hier es geht noch höher aber ich glaube noch weiter noch weiter kommen wir da nicht rein können wir hier vielleicht noch erlaubt peinom hier noch ja ist ja gut okay dann nur bis hier ja hier tolle aussicht oder guck mal da ist auch noch so eine fliegende stadt fliegende stadt fliegende insel und da hinten haben wir irgendwie nebel und da sind einfach nur drei berge ich glaube dass diese welt also hier ich glaube das ist einfach nur noch nicht freigeschaltet hier ja ich glaube hier ist definitiv noch was oder da auf jeden fall und das andere deal zieh irgendwann weil ich glaube hier ist sowieso einfach ende im gelände ja gut dann sehen wir uns nächste folge ich bedanke mich fürs zuschauen wenn du bock hast aber nur wenn du bock hast und lass ein abo da und dann würde ich mich freuen bis dann tschülü bis dann